Ist die Skulptur fertig? Abstrakte Skulptur, primitiv. Wunderschön. Okay, brauchst du aber einen Platz dafür. Also das geht auch nicht überall. Könnte man zum Beispiel hier oben machen, dass die hübsch schlafen immerhin. Noch eine Deckenleiste. Achso, für die Ecke dann. Oder? Wiss ich nicht, den kann man nirgendwo bauen. Achso, muss in einer Ecke angebracht werden. Ah ja, okay. Skulpturblock. Verbessert ein Dekorationswerk und dreht damit zur Moral bei. Muss in einem Duplikat modelliert werden. Anforderungen. Duplikat Kreativität. Dekoration plus 5. Radius 4 Felder. Duplikaten, die Kunstfähigkeiten erlernt haben können. Dekorative Skulpturen herstellen. Aus Sandstein. Hängetopf. Beherbert eine einzelne Pflanze, wenn ein Samen eingesät wird. Erhöht Dekoration und trägt damit zur Moral bei. Muss an der Decke aufgehängt werden. Ähm. Erlaubt Pflanzendomestizierung. Hängetöpfe können einen Raum ein wenig Dekoration verleihen, ohne die Gebäude auf dem Boden zu stören. Okay. Wandtopf. Hm. Hm. Interessant. Ich hab noch keine Bilder, oder wie? Eisblock können wir auch machen. Verbessert Dekorationswerk. Dann legt dreimal zur Moral bei. Muss von einem Duplikat modelliert werden. Hier, mach mal einen Skulpturblock hin. Dann kann Großmann da mal schön, äh, Fertigkeiten? Ne, nicht Fähigkeiten, sondern Prioritäten macht er. Großmann, hast du sowas wie hier? Dekorieren, genau. Machst du noch Vorderforschung, genau. Großmanns Kreativfähigkeit 5. Was bedeutet eigentlich Kreativfähigkeit 5? Kriegt er da mehr raus, oder dauert's bloß nie so lange? Ich hab hier die Hoffnung. Achso, Vorschung läuft. Hier Großmann wollte ich eigentlich. Fähigkeiten. Kreativität 5. Plus 50. Dekorationsgeschwindigkeit. Uhhh. Mist, ich hatte gehofft, dass er, ähm, statt dass er es einfach schneller macht, dass es schöner wird. Aber leider nicht. Mist. Da müssen wir wahrscheinlich einfach besseres Zeug forschen. Ahja, gut. So ist das halt. Achso, wir sollten auch verhindern, dass es jemand... Ach ne, sollte man nicht, weil ist egal. Das ist das Gute, dass es bloß die Geschwindigkeit ist. Dadurch ist es Wurst, wer es macht. Oh, hier Kohle. Grabe aus. Genau, und nimm die Laus mit. Haha. Nimm die Laus mit. Oh, wir haben hier Kupfererz. Das mal ausgraben können, das ist perfekt. Hier das ganze Kupfererz ausgraben. Hier die Kohle muss da raus. Ja, alles, alles da raus. Ich muss alles mit. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ach, Erde. Ja, Erde ist nicht so wichtig. Ja, alles, alles da rausbuddeln. Wir haben hier eine pneumatische Tür. Die verhindert ja, dass hier Sauerstoff rein kann. Was? Manchmal was? Wir grenzen ein Gebiet ab, ohne Gas oder Flüssigkeiten abzuhalten. Oh. Oh. Gut. Die macht genau gar nichts. Mist. Äh, ja. Da müssen wir noch was forschen. Hier, mach mal die Skulptur bitte. Dekoration. 5,5. Yay. Und wenn du das gemacht hast, dann freust du dich. Nee, dann bauen wir da ein Podest hin. Dann kann man das auf das Podest stellen. Mist, hätte ich vielleicht. Warte mal. Mach mal weg. Ich muss erstmal. Das war doof. Bestimmt. Mach das nochmal weg. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ähm. Warte mal. Möbel. Wir machen Asch das Podest und dann die Skulptur drauf. Mist. Das war... Das war doof von mir. Na, hier ist es schön, ne? Das Deko echt gut. Hier unten ist überall so... Hier hinten ist richtig beschissen. Möchte man da sagen. Da. Kriegst du es hin? Ja. Sehr gut. Hier. Mist. Kann man da kein Skulptur-Ding hinbauen? Och, Mann. Mann. Mönö. Na gut, dann halt nicht. Dann mach halt doch einfach bloß deine Skulptur dahin. Möbel hier. Skulptur. Gut. Nächste Forschung. So. Wir können... Die grobe Verarbeitung machen. Wir können nochmal ganz kurz bei der Deko gucken. Ne, das hier ist keine Deko. Das hier ist Luftdruck. Dekozeug haben wir hier. Ähm. Ähm. Was kriegen wir denn als nächstes? Leere Leinwand verbessert den Dekorationswert und trägt damit zur Moral bei. Großer Skulpturblock. Webstuhl. Schneidert Kleidung für deine Duplikaten. Duplikaten werden nichts herstellen, wenn keiner... Was bringt den Kleidbau? Teppichfliese wird verwendet, um Wände und Böden der Räume zu bauen. Erhöht Dekoration und trägt damit zur Moral bei. Ne, schön. Äh, äh, doch schön, sag ich. Aber wir brauchen jetzt doch erstmal hier die Herstellung. Hier, grobe Veredelung machen wir als nächstes. Haben wir immer noch keinen Supercomputer gebaut. Mist, dass das hier jetzt doch offen ist. Das finde ich nicht so gut. Ah, naja, gut. Kann man nichts ändern. Kann ich jetzt nicht ändern. Das ist dann halt jetzt erstmal so. Unzureichende Sauerstoffproduktion, ja. Keiner weiß warum. Oh, schon abgeschlossen. Irgendeine Ressourcen. Wer braucht denn alle Sauerstoff? Warum habe ich denn nicht genug? Irgendwie hätte ich gedacht, müsste ich genug haben. Und der verbraucht doch Kohlendioxid. So wie wir das möchten. Am besten noch einen davon bauen. Und noch einmal ne Lampe. Hm. Ja. Achso, dann braucht das natürlich nur Strom. Hier müssen wir erstmal das Ding. Und dann Strom. Strom, Strom, Strom. Kabel, Kabel, Kabel. So. Angeschlossen. Mal sehen, wann sie dazu kommen, das endlich mal aufzubauen. Hier ist ein Mehlholzsamen. Das ist nice. Ist das? Wollen wir mal... Wollen wir mal Erde... Acker versuchen. Machen wir hier einen Acker hin. Mal gucken. Was passiert. Bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt Acker nach oben gemacht. Und dann sage ich da einfach mal Mehlholz. Gucken, ob das geht. Wir haben halt noch keine Pflanzenpflege. Ich glaube, wenn wir dann Pflanzenpflege haben, wächst das Zeug ein bisschen schneller. Wie sehen wir mit Kalorien aus? Sind sehr gut. 5.600 Kalorien durch Läusebrot. 10.000 Kalorien durch frittierten Matsch. Und 1.600 Kalorien durch Dornenbeere. Hier, da können wir das hier eigentlich auch mal auf Forever machen. Wenn wir da jetzt genug haben. Dornenblüte, genau. Wurde geerntet. Eine geknillte Knospe der Dornenblüte. Sollte man eigentlich genug haben. Genau, Arbeitsauftrag. Das heißt, die macht sich jetzt hier da wahrscheinlich gleich dran. Den zu kochen. Sehr gut. Ach ja, hier wird jetzt Zeug. Was ist denn das hier überhaupt? Dornenstrauch. Atmosphäre, Sauerstoff, verschmutzter Sauerstoff, Kohlendioxid kann der. Wildes Wachstum. Dekoration, 25 Punkte. Oh, nice. Okay, den will ich haben. Hier, entwurzel ihn. Nein! Nicht kaputt machen. Ich hoffe, er ist noch da. Das wäre schön. Dann machen wir nämlich hier einfach mal einen Pflanzendop hin. Hier, Blumentop oder so. Machen wir doch hier irgendwo. Können ja auch so einen Hängetopf machen. Sagen wir mal, das war hier beim Möbel hängige Dingel. Ja, so ein hängige Dingel und da kommt die Blume dann rein. Dieser Dornengestrauchte. Dann haben die das hier nämlich hübsch. Was ist denn mit Großmann? Achso, ja. Er schläft. Er soll dann nämlich mal hier anfangen zu... zu dekorieren. Ich hoffe, dass das hübsch und schön wird hier. Na. Haben sie kaputt gemacht. Wie sehen wir denn mit Wasser aus? Es lässt nach. Aber wir haben hier noch was. Wir haben da noch was. Wasser haben wir noch. Hier oben ist auch wieder Wasser. Oh, hier ist nochmal... So ein Mehlholz. Hier auch erntebereit. Ich weiß gar nicht, warum das so vergammelt ist hier. Machstum gestoppt wegen Beleuchtung. Was war das? Bling. Meine Güte. Hier oben ist viel Essen. Und halt hier Schmutzwurzel vergrabene. Nochmal einen Dornenstrauch fürs hübsch sein. Ist der eigentlich hübsch? Der Dekoration? Nö. Der ist nicht hübsch. Die Dornenblüte... Ist... Die ist hübsch. Okay, die ist hübsch. Die Dornenblüte ist hübsch. Ja. Plus 15 Deko. Nice. Ah, der ist sogar hässlich. Mehlholz ist hässlich. Okay. Also die Farm ist nicht schön. Vor allen Dingen keine Mehlholz-Farm. Mehlholz-Samen. Das Ding hier können wir mal kopieren. Hier kleinen Nächsten hin. Auch wieder Mehlholz. Auch wenn das nicht hübsch ist. Ist mir aber Wurst. Es ist... Es bringt Essen. Essen ist immer schon mal ganz gut. Natürlich mehr von diesen Dornenblüten zu haben. Wäre ohne ganzes verkehrt. Um zu reichende Sauerstoffproduktion. Wahrscheinlich weil die hier die ganze Zeit zu tun haben mit maximalen Gasdruck. Wie sieht es denn aus? Ähm... Können wir jetzt hier mal unseren Sauerstoff-Overlay machen. Es sieht eigentlich sehr gut aus. Hier ist überall gut Sauerstoff vorhanden. Hier drüben auch. Das Endische ist halt hier. Wo es nicht so schön ist. Aber ansonsten... Sieht es gut aus. Sieht es gut aus. Wir haben halt ein bisschen mit verschmutzten Sauerstoff zu kämpfen. Aber ansonsten... Das ist alles ganz gut. Wie viel Organe haben wir denn noch? Oh. Alge geht... Alge geht weg. Alge geht weg. Sag ich dir. Also müssen wir doch mal hier ausgraben. Die Alge hier. Aber wir haben hier oben auch noch Alge. Hier haben wir noch Alge. Hier ist jede Menge Alge. Das hier ist jetzt auch wieder ganz gut Alge. Man kann aus Schleim dann wieder Alge gewinnen. Habe ich da ja vorhin gesehen. Die Frage ist bloß, wo kriegst du Schleim her? Boah, hier ist auch noch mal jede Menge Alge. Gucke dir das an. Hier auch. Das ist nice. Das ist schön. Wir können ein neues Duplikat wählen. Oder ein Hilfspaket. Hilfspaket ist ein Strauchsamen. Der Samen eines Dornenstrauchs. Bei Ausgraben können Dornenstrauchsamen gefunden werden. Und zwar drei Stück gleich. Oder ein neuer Mitarbeiter. Wissenschaft, Kopfkunst oder Kreativität. Da habe ich für jeden eigentlich schon mal was. Dekorieren, Graben. Dekorfähigkeit. Ach, Doktortätigkeit. Der ist eigentlich gut. Den könnte man gebrauchen. Doktortätigkeit. Aufräumen. Schutzanzugbenutzung. Ich würde mal ihn hier sagen. Stärke gesenkt. Nudelarme. Super, der ist Graben. Das ist ein Traum. Komm her, mein Freund. So, wir kommen. Ne, hier, das hier kopieren. Ist denn jetzt los? Ich habe irgendwelche Tasten gedrückt. Hier, das dahin kopieren. Und ein neues Bett gebaut. Na, damit die wenigsten alle im Bett haben. Und wir können ihn Fähigkeitspunkt auswählen. Bei ihm hier. Du kriegst das schwere Graben. Genau. Superschweres Graben. Nicht genügend Fähigkeitspunkte. Oh. Oh. So, alles gut bei ihm. Sehr schön. Stress. 4% bei Stinky. Achso, der ist so gespawnt. Das ist jetzt. Er kommt auch in die andere Schicht. Warte mal. Bevor ich das jetzt hier vergesse. Beim Zeitplan. Stinky. Kommst du mal mit nach, äh. Zeitplan 2. Du hattest ja keine Eigenschaften, dass du irgendwie früh morgens am besten bist. Oder früh, spät abends oder so. Da war ja nix. Von daher ist das okay. Hier sind nach 80 Kilo verbrauchbares Erz. Oxylite. Da oben ist auch Oxylite. Cool, cool, cool. Ja, hier hat sich schon Sauerstoff gesammelt. Das ist nicht so cool. Hier unten hat sich Kohlenmonoxid gesammelt. Das war abzusehen. Kupfererz. Sand. Das ist doch was anderes auch. Ach, hier der Strauchsamen. Genau. Der kommt dann gleich hier rein. Dass es hier hübsch wird. Ist die Skulptur fertig? Abstrakte Skulptur. Primitiv. Wunderschön. Kann man zerlegen. Kann man zerlegen. Deaktiviere Autoreparatur. Deaktiviere. Desinfizieren. Dekoration plus elf. Ah, nice. So, hier den Strauchsamen da mal rein. Hier Spaß. Forschung abgeschlossen. Wir haben genug Sauerstoff. Objekte fehlen Ressourcen. Der Elektrogrill und der Mikrobenmatscher. Kein Forschungsschwerpunkt ist gewählt. Forschung. Wir brauchen jetzt noch nicht den Supercomputer. Wir haben noch hier die medizinische Ausrüstung. Zur Verfügung. Strom ist gut. Ah, genau. Hier kann mal der Mehlholz gepflanzt werden. Ich hoffe, dass wir genug Essen haben. Ja, hier. Baut das mal ab. Warte mal. Das muss eine Priorität kriegen. Die neuen. Das hier muss mal schnell erledigt werden. Alge und so. Da muss man den Laden dann gleich auch wieder Startklamm machen können. Ah, genau. Sehr cool. So. Dann, bitte alles da unten wegholen, was geht. Ja. Zeug abtransportieren. Das Ganze kriegt natürlich auch noch eine Neune. So, holt das mal ab. Und dann machen wir hier den Laden nämlich wieder dicht. Indem wir den kopieren. So. Hübsch. Dekoration plus 5,5. Ey. Könnte eigentlich überall Boden hinbauen. Das würde schon mal helfen. Dass das hier auch hübscher ist. Äh, hier natürlich nicht, weil hier ist Acker. Acker hat keinen Einfluss auf die Dekoration. Die Pflanzkiste. Die Pflanzkiste. Die Pflanzkiste hat einen negativen Einfluss. Okay. Ersticken. Super. Super. Habt ihr das gemacht, Jungs. Super. Hier. Baut den da mal weg. Ich glaub die sind tot. Ich glaub die beiden sind hinüber. Das haben sie super gemacht. Ja. Ja. Oh, atmen. Gott sei Dank, wa? Ihr seid so doof. Dir ein Glück, dass ich das jetzt noch gemerkt hab. Meine Güte. Ihr Gurken, ihr. Das war nicht gut. Hier ist Kohle. Ne Erde ist das. Okay. Aber egal. Hier wird alles. Genau. Hier haben sie alles rausgeholt. Bis auf das Zeug. Weil das kann nicht weg. Das verschmutzte Wasser. Macht aber auch nischt. Wir müssten jetzt eigentlich einen Supercomputer bauen. Wenn ich da mal so weiter denke. Steinbrecher. Okay, was macht das? Erzeugt sehr ineffizient veredelte Materialien aus Ausgangsressourcen. Duplikaten werden nichts herstellen, wenn keine Rezepte in Warteschlange sind. Braucht 240 Watt. Bedienung durch Duplikate. Wärme. Plus 16. Überhitzungstemperatur ist 65 Grad. Automatisierungseingänge. Enable, Disable. Dekoration ist minus 15. Steinbrecher lösen Nuggets aus Roherz und können so. Und können viele verschiedene Ressourcen verarbeiten. Brennofen. Brennt Ton, um Keramik herzustellen. Duplikaten werden nichts herstellen, wenn keine Rezepte... Blablabla, genau. Dekoration minus 10. Brennofen können zur Veredelung von Kohle in reinen Kohlenstoff verwendet werden. Ach, auch cool. Alter, das Ding groß. Das Ding groß. Gucke dich das an. Das ist ja groß. Der geht gar nicht. Brennofen. Der geht. Der ist nicht so riesig. Meine Güte. Ein riesen Teil haben die da. Soll ich den denn hinbauen? Hier oder was? Wie ist denn die Deko jetzt eigentlich? Hier, Dekorationsoverlay. Na ja, das ist immer noch so mittelmäßig hier. Gesamtdekorationswert. Plus 22,5 immerhin. Was soll denn hier? Plus 58. Das ist gut. Hier unten ist auch plus 26. Man weiß nicht, warum. Ah, Beleuchtung. Die Beleuchtung hilft nochmal. Das ist es. Okay, hier, dann mach nochmal. Dann machen wir doch mal ein paar Deckenlampen. Auf das hier Licht wäre. Werte. Wenn das schon plus 15 gibt. Dann wäre hier auch nochmal Licht angesagt natürlich. Ist die Frage, wie kriegt man da Strom hin? Ach, deswegen ist es hier wahrscheinlich auch nicht ganz so schlimm. Wie sieht es denn hier aus? Positive Werte. Dornenblüte. Beleuchtung. Ziegel. Lampe. Nice. Negative. Tiefe. Pflanzkiste. Mehlholz. Algenterarium. Gabel. Gitterziegel. Ja. Ach, der Gitterziegel ist hässlich? Oh. Das ist ja doof. Na gut. Das wusste ich auch nicht, dass der hässlich ist. Das heißt, man darf eigentlich auch nicht so viele von denen bauen. Äh, ja. Na gut. Aber ich würde sagen, das war schon erstmal für die erste Aufnahme von Oxygen Not Included. Im Moment haben wir noch Oxygen, aber mal gucken wie es weitergeht. Ich muss jetzt erstmal demnächst den Supercomputer bauen, damit wir weitere Forschungen machen können. Und dann muss ich mal gucken, wie wir uns hier am besten weiter ausbauen. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, bietet sich natürlich ein Abo an. Wenn ihr auch eine Mitteilung kriegen wollt. Jedes Mal, wenn hier die nächste Folge an den Start geht, dann hilft zusätzlich zum Abo die Glocke. Und ja, Anmerkungen und Kommentare werden natürlich auch immer. Freue ich mich, wenn ich welche kriege. Alles denn, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.